Einen wunderschönen Sonntagabend. Wir starten heute nochmal in das Thema Uranus im Stier. Wenn du mit Astrologie schon ein bisschen dich beschäftigt hast, beziehungsweise auch Videos auf meinem Kanal gesehen hast, dann weißt du ja, dass der Uranus gerade durchs Zeichen Stier geht. Und der bringt immer viele Veränderungen mit sich. Und Uranus kann man sich ja vorstellen als den ein bisschen Unruhestifter, derjenige, der eine Revolution möchte. Da soll etwas aufbrechen, da soll etwas neu werden, da soll etwas anders sein. Hauptsache nicht mehr so, wie es war. Und wenn diese Energie jetzt im Zeichen Stier ist, dass eines der wahrscheinlich sogar das behäbigste Tierkreiszeichen ist, am ganzen astrologischen Sternenhimmel, naja, dann kann man sich vorstellen, dass es da durchaus zu Turbulenzen kommt. Da steht das Stier natürlich für Wohnen, für Landwirtschaft, fürs Bewahren, fürs Hab und Gut, für die Materie an sich. Und wenn da der Wirbelwind durchgeht, der Uranus, mit seiner Energie kann man sich vorstellen, dass da einiges in Bewegung kommt. Und in diesem Video möchte ich jetzt noch einmal diese Prinzipien verdeutlichen, auch was wir aus der Geschichte lernen können und vor allem, was du dann tun kannst, wenn diese, ja, nicht wahrscheinlich, sondern zu deiner Lebzeit höchstwahrscheinlich einzigartige Energie wieder einmal so quasi sich manifestiert oder zum ersten und wahrscheinlich auch zum letzten Mal in deinem Leben. Also schauen wir da mal rein. Ich habe hier so Bildertafeln zusammengestellt. Auf der linken Seite siehst du Uranus, auf der rechten Seite Stier. Wichtig ist vielleicht jetzt vorweg noch einmal zu unterscheiden. Der Stier selber ist ja ein Wirkungskreis, ist ja ein Archetyp am Sternenhimmel. Das heißt, wir haben ja den Archetypen wie der Stier, Zwilling, was man so landläufig als Sternzeichen bezeichnet. Also da ist der Stier eine Periode, wo die Sonne zum Beispiel einen Monat lang im Jahr im Tierkreis verweilt. Während der Uranus ein bewegliches Prinzip ist. Uranus ist ein Planet und der ist auch so einem Archetypus, so einem Sternkreiszeichen zugeordnet, nämlich dem Wassermann. Und der Wassermann ist ja im überpersönlichen Quadranten. Also es gibt ja da vier Quadranten im Horoskop, wo man sich orientieren kann. Und der Uranus kommt aus dem überpersönlichen, auch daher, weil der sehr, sehr langsam läuft. Du wirst es sehen, wie lange der braucht. Da jetzt alleine im Stierzeichen ist das schon eine gewisse Zeitspanne, wo sich der im Schnitt so acht Jahre aufhält. Also da kann man sich dann ausrechnen, acht mal zwölf. Also dann braucht der so, Hirn lass nach, acht mal zwölf rechnen. Danke, 96. Also fast hundert Jahre, bis der einmal so durch alle Häuser durch ist. Und deshalb ist das ein großes Ereignis. Und deshalb sage ich, werden die meisten von uns das nur einmal im Leben erleben, diese Konstellation. Das heißt, der Uranus ist ein Planet, ein bewegliches Prinzip, der jetzt wie ein, ja fast wie ein Tornado, wie ein Hurricane, durch dieses Haus durchwirkt. Der wirkt sich da aus in diesen acht Jahren, mal mit schärferen Konstellationen. Wenn du mein August-Video gehört hast oder dir angeschaut hast, dann merkst du, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, also dass der August ja noch einmal besonders geladen ist. Also kannst du dir ja gerne nochmal anschauen, über August 2022. Und da gibt es immer geladenere und ein bisschen entspanntere Phasen. Und jetzt schauen wir uns dieses Prinzip des Wassermanns mal im Haus des Stiers an. Also der revolutionär im gut geerdeten Stierhaus. Also was bedeutet denn das? Und ich habe es hier zusammengesetzt. Also der Uranus auf der linken Seite und der Stier auf der rechten Seite. Und da kannst du schon mal so ein bisschen diese Prinzipien ableiten. Das heißt, wir haben hier, Uranus steht immer für Neuheit, auch neue Technologien, was wir ja auch erleben. Natürlich mit dieser Digitalisierungswelle, das wäre absolut uranisch. Und wenn wir dann überlegen, naja gut, was ist denn gerade so im Gespräch? Also wir haben natürlich, wenn wir jetzt zum Stier schauen, die Währung, auch das Geld. Und da haben wir jetzt Inflation. Das heißt, der Kurs bewegt sich, kommt Bewegung rein, das mag ja der Uranus. Und es geht auch immer wieder in die Richtung digitaler Euro, digitale Währung. Also Abschaffung des Bargelds hört man immer wieder so Diskussionen, wo das angedacht wird. Wir haben auch so Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen, das ein sehr uranisches Prinzip ist, dass alle gleich viel einmal bekommen, dass alle mal gleich viele Chancen haben, auch im Finanziellen. Das sind ja durchaus so uranische Ideen, bitte. Und ich möchte jetzt gar nicht darüber diskutieren oder darauf eingehen, was für Vor- oder Nachteile jetzt eine bargeldlose Welt bringen würde. Aber digitales Geld ist eigentlich Uranus pur, also ein neues Bewusstsein, eine neue Art des Geldes. Wir sind ja jetzt natürlich in dieser Umbruchphase. Und da sehen wir schon, das passt sehr gut. Wir haben auch digitale Technologien. Das heißt natürlich künstliche Intelligenzen, Erfindungen, die allen etwas nützen sollen. Das ist auch ganz wesentlich. Uranus möchte im Kern, du siehst hier das Bild der französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Das heißt, Uranus möchte alles gleich haben und neu machen, dass alle davon profitieren. Also im Grundgedanken ist das etwas sehr Positives. Problematisch wird nur, wenn diese positive Energie auf eine sehr starre Energie trifft, denn dann wird es natürlich zu größeren Reibereien kommen. Und ich habe schon erwähnt, es gibt kaum etwas Starres als das Stierprinzip, das Bewahrende, der Gartenzaun, das Strebergärtel, die Landwirtschaft, das Eigenheim, mir gehört mein Haus. Das sind so Stierprinzipien. So ganz klassisch, so diese Bauernhöfe, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, wo jeder wieder das Joch weitertragen soll, der Vorgängergeneration, das ist natürlich Stierenreinkultur. Und da möchte natürlich der Uranus eine Wandlung sehen und eine Wandlung erleben. Wichtig ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch einmal zu verstehen, Uranus löscht ja nicht Geld per se aus oder löscht ja nicht Besitz an sich aus, sondern Uranus möchte, dass das neu definiert wird. Also diese Verlustängste, diese Angst vor der Anarchie und vor dem, dass alles uns um die Ohren fliegt, halte ich persönlich für unbegründet. Änderungen ja, große Veränderungen ja, absolutes Chaos und absolutes Nichts gibt es in dem Sinne nicht. Das heißt, es gibt eine Form von Währung, es gibt eine Form von Besitz, es gibt eine Form von Leiblichkeit natürlich aus Stier, ist ja auch der Körper. Da gibt es immer eine Form von, nur halt eine uranischere Form. Und man sieht es vielleicht auch im Aufbrechen jetzt der Geschlechterrollen, wo man dann einfach sagt, okay, es gibt nicht nur das physische Geschlecht, das heißt so das Geburtsgeschlecht physisch, sondern es gibt auch ein emotionales Geschlecht. Es gibt auch etwas, wie ich mich fühle. Diese Körpergrenzen, diese Körperlichkeit, wo das strikt definiert wird durch zwei Geschlechterrollen, wird aufgespalten und wird auf einmal befreit. Es fliegt etwas in die Luft. Noch einmal, da geht es jetzt nicht um eine moralische Bewertung, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern es geht darum, dass es halt mal so ist. Und es wird natürlich eine Form der Körperlichkeit geben. Das kann ja nicht weg sein. Also nur, weil wir uns alle als viele definieren oder eben einmal oder zweimal im Jahr unsere Geschlechtsidentität mal wechseln wollen und können, ist ja das schön und gut. Nur es wird irgendwo einen Stier geben. Es wird irgendwo dieses Grundprinzip der Leiblichkeit erhalten sein, natürlich. Egal, was man da verändert. Und deshalb gehört eben diese Mischung hin, diese neue Energie. Konflikt kommt erst, wenn etwas ganz hart bewahrt werden will. Wenn man gegen diese Neuheit, gegen diese Innovation, gegen Uranus versucht anzukämpfen oder zu bestehen. Also Argumente wie, das war schon immer so oder werde mal so alt wie ich und dann erkennst du, wie die Welt läuft. Ha, das wird schwierig in dieser Zeit. Und da kommt es garantiert zu einem Zusammenstoß. Da kommt es garantiert zu Konflikten. Also das ist eben so dieser Punkt. Es ist jetzt zwar vieles neu, aber eben neu erfunden, neu definiert. Und deshalb ist es eben auch wichtig, meines Erachtens nach, da nicht in eine Angst zu gehen. Nicht jetzt in die große Unsicherheit zu gehen. Wir wissen nicht, ja, was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle auf der Straße landen werden, sondern es kommt halt eine neue Energie. Es kommt vielleicht eine neue Form des Zusammenwohnens. Ich bin davon überzeugt, solche Filme, was, wenn wir alle zusammenziehen, so Rentner-WGs und vielleicht auch so WGs an sich, werden auch für ältere Menschen wieder en vogue. Und das kann man sich auch vorstellen. Und große, große Gehöfte können auch belebt werden, durch das, dass eben Leute da auch dazu ziehen und da mitarbeiten und mithelfen. Also ich bin davon überzeugt, dass sich das Wohnen dahingehend verändert, dass jetzt nicht eine Person viel Raum nimmt, sondern dass jeder seinen Raum hat, aber jeder sich dann auch gleich beteiligt. Denn was wir dann bei Uranus natürlich nicht so sehen, in der Extremphase ist natürlich dann diese Verpflichtung, dieses Undisziplinierte, ist eine Schattenseite des Uranus und die gehört natürlich auch ganz bewusst angeschaut. Also nur weil man sagt, ja, jetzt kommt der Wassermann und dann ist alles gut. Also das Prinzip Wassermann-Uranus kennen wir ja noch aus Musicals von Herr, wo dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. So ist es ja nicht. Es ist ja auch so, wenn wir uns das anschauen, der Zaun, der Gartenzaun, die Grenze, der Besitz wird eben neu gedacht und da will was verändert werden. Und auch so eben diese Konflikte wie Ukraine, da sehen wir ja auch Grenzen, die bestanden sind, sollen neu definiert werden. Noch einmal, keine moralische Wertung meinerseits. Da geht es nur darum, dass man das Prinzip versteht. Also wenn man dann sagt, okay, wie kann man das neu denken, wie kann man denn auch Frieden, territorialen Frieden, wie kann man so etwas neu denken, wie kann man so etwas neu erfinden, das wäre da garantiert ein Ansatz, wo man, wo ich denke, wo eine neue Vision auch hingehört. Wassermann oder Uranus ist ja natürlich auch eine gewisse Vision. Im Negativen ist natürlich auch der Wassermann das Ablehnen von allem und sagen, nein, das ist mir alles zu bieder, das ist mir alles zu langweilig, das will ich alles nicht mehr. Aber wenn wir jetzt eben auf diesen Gebieten der Finanz, der Börse, des Besitzes, des Wohnens, auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens einfach Änderungen erleben, dann ist das absolut im Zeitgeist. Dann braucht man da gar nicht sich wundern, das ist der Uranus im Stier. Und jetzt komme ich gleich mal, dass das noch einmal verdeutlicht wird, dass wir diese Prinzipien noch einmal verdeutlichen. schauen wir, dass wir das alles in einen historischen Kontext setzen. Also ich habe jetzt auf dieser Tafel Perioden zusammengesucht, wo quasi der Uranus historisch schon im Stier gestanden ist und was das mit sich gebracht hat. Und vielleicht sehen wir in diesem historischen Kontext oder kannst du dann auch erkennen, was da jetzt auf uns zukommen kann beziehungsweise was sich so historisch verändert hat. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, bitte. Ich habe das also natürlich nur Quellenangaben. Ich habe das auf Wikipedia, verschiedenen so Geschichtsseiten, so doppelt gecheckt, so diese Daten und natürlich mit den Ephemeriden auch und Astrodiensten den Lauf des Uranus. Dann schauen wir mal etwas weiter zurück. Zwischen 1432 und 1439 war der Uranus im Stier und da hat der Guttenberg den Buchdruck erfunden. Und das ist natürlich eine Revolution gewesen, wenn man sich mal vorstellt, dass Bücher plötzlich im Verhältnis zum Abschreiben oder mündlich überliefert sein relativ einfach vervielfältigt werden konnten. Da sind wir wieder bei dem Prinzip alle bekommen Zugang, alle bekommen einen leichteren Zugang zu etwas, das wahrscheinlich nur eher Adeligen oder den Klöstern vorbehalten war, so wie die Bibel. Also wenn man sich diese Sprengkraft dieser Erfindung erst einmal vorstellt, dann denke ich, kann man das durchaus vergleichen auch mit unserer Digitalisierung momentan, wo auch allen eigentlich, theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch hochkarätig das Wissen zur Verfügung steht übers Internet. Man muss es halt nutzen und nicht nur in seiner Blase bleiben. Das wäre natürlich da gut. Also, Guttenberg erfindet den Buchdruck 1432 bis 1439. Uranus im Stier. Uranus im Stier, 1516 bis 1523. Und da schlug Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentüren und spaltete somit so diese alteingesessene katholische Kirche und eine Revolution brach darauf aus. Und Erasmus von Rotterdam, ein Humanist, zitierte in einem Buch sehr frei jetzt bitte, das könnt ihr nachgoogeln, dass nicht alles Gott gegeben ist, sondern dass sich der Mensch durchaus auch durch Wissen aneignen, durch Aneignung des Wissens über Gott quasi auch, also über Gott hinaus entwickeln kann, was halt quasi so ein urhumanistischer Gedanke ist. Wieder auch dieses, du befreist dich von etwas, du befreist dich von einem althergebrachten Götterbild, also der große Gott, der über allem thront, die große Autorität und kriegst in dir so den Funken für deine Vision, deinen Antrieb, deine Bildung. Und ich denke, dass diese Bildung ganz, ganz wichtig ist, auch für den Uranus, auch dieses Neue, kann man nur durch eine gewisse Vision, eine gewisse Bild, also man soll seine Visionen da auf eine gute Bildung, glaube ich, auch fußen, denn dann kann man da gut was erreichen in dieser Zeit. 1684 bis 1691 hatten wir auch sehr, sehr große Veränderungen. Die Bill of Rights, also die Grundrechte, wurden in England definiert und niedergeschrieben, also auch wieder eine Gleichmachung, also vor dem Juristischen, dass der Mensch gleichgestellt wurde. Und wir haben die erste Banknote in den USA, das heißt, das erste Mal Papiergeld wurde da eingeführt, eine Vorstufe des Dollars, also auch wieder, wir haben da schon wieder so ein bisschen dieses Finanzwesen und auch die, ja, die Wandlung, die Transformation des Juristischen da. Ja, 1934 bis 1942, das ist so diese, das war die jüngste Uranus-in-Stier-Periode, da hatten wir natürlich die Nationalisten, das Aufflammen der Nationalisten in Europa und natürlich auch als Konsequenz dann raus den Zweiten Weltkrieg. Und auch da hatten wir wieder dieses aggressive territoriale Vorgehen, das, was wir erkennen da so aus, wenn Deutschland Polen überfällt und diese ganzen Grenzen, die dann neu definiert werden, worden sind, werden, wollten, worden sind. und das hat ja auch dann eigentlich so, dass das Bild von Europa noch einmal sehr stark geformt und auch die Grenzen stark geformt und hat natürlich auch starke Veränderungen gebracht. Also, wenn du dir das noch einmal anschaust, diese ganzen Ereignisse sind ja durchaus, aus, ja, also da hat sich schon durchaus was getan und jetzt sind wir 2018 bis 226, haben eine Gesundheitskrise, haben quasi Inflation und es wird natürlich auch noch spannend werden, was uns da noch weiter erwartet. Wie gesagt, Uranus ist nicht die Vernichtung von allem, also hab keine Angst, dass da jetzt alles drunter und drüber geht, denn letzten Endes ist Uranus eine positive, Uranus eine ganz, ganz starke, sehr, sehr positive Seite. Kreativität, also Einfallsreichtum, neue Ideen, die da reinkommen und neue Ideen, die für alle gut sind. Also das ist ein sehr zutiefst, zutiefst positiver Gedanke. Also dieses, das ist meins, das ist deins, so dieses klassische Besitzdenken löst das eher auf und ja, wie gesagt, bitte im Vertrauen bleiben in dieser Zeit und keine Sorgen sich machen, denn letzten Endes, auch wenn Veränderungen kommen, auch wenn die überraschend kommen, Uranus will ja, boah, der will dann, der ist dann plötzlich mal da und knallt da richtig rein in unsere, in unser vertrautes, stierisches Österreich. Ich sage ja gern zu Österreich, so das ist ja das Auenland der Welt, so wenn man, wenn man mir die Herr der Ringe, den Herr der Ringe Vergleich einmal verzeiht, wo alles so beschaulich ist und wir bestellen die Äcker und das ist alles gut und Österreich redet sich irgendwie mit, aber die Welt ist irgendwo da draußen. da sehen wir natürlich, dass uns dieser Uranus ganz schön durchbeutelt. Das sind natürlich auch diese Klimawandel, diese Veränderung des Klimas, dass man sich anders adaptiert, dass sich da etwas verändert, auch das alles gehört da dazu und wir werden mal sehen, wo das alles noch hinkommt. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Zeit und es ist aber keine Zeit, wo man in die Angst gehen sollte. Also ich erwähne es zwar immer wieder und ich weiß, ich wiederhole mich da vielleicht, wenn du schon mehr Videos von mir gesehen hast, aber letzten Endes ist beides gut. Die Materie ist gut und auch die Wandlung, die Vision ist gut und wenn wir da beides zusammenkriegen, eine neue Vision in unserer Materie, eine neue Vision in unserem Besitz, was willst du mit deinem Besitz machen, mit deinem Hab und Gut, mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen anfangen, dann denke ich, kommst du da super gut durch, durch diese Zeit. Das wär's für heute mal. Noch einmal eine Erläuterung zum Prinzip Uranus in Stier. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht, es hat dich unterhalten, es war interessant für dich. Ich freue mich auf deine Kommentare und wenn du natürlich Fragen hast, gerne in die Kommentare schreiben und ich freue mich über einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Eranyi, liebe Grüße aus dem wunderschönen Lenz. Tschüss.